In dieser Folge von Kaffeespezialitäten im Sommer geht es um etwas Erfrischendes, Prickelndes. Der Espresso Tonic und der Espresso Wildberry. Beides perfekte Kaffeegetränke zur Abkühlung im Sommer. Bei einigen von euch scheint der Espresso Tonic das A und O Getränk zu sein, als ich euch bei Instagram gefragt habe, was ihr gerne im Sommer trinkt. Aber ich stimme euch zu, das Getränk sollte man mal probiert haben. Ist aber vielleicht auch nicht für jeden etwas. Ich habe ihn schon mal vor einiger Zeit getestet und er hat mich geschmacklich nicht umgehauen. Vieles davon steht und fällt dabei auch mit der Sorte des Tonics. Zuvor habe ich Schweppes verwendet, der Tonic von Thomas Henry dagegen ist nochmal etwas milder, wobei die Bitterkeit nicht so stark in den Vordergrund rückt. Je nachdem, wie man es also mag. Wie bereite ich den Espresso Tonic genau zu? Als erstes braucht ihr natürlich ein Glas, das ihr mit genügend Eishüffel füllt. Darauf kommt jetzt der Tonic. In meinem Fall gekühlter Thomas Henry und davon etwa 150 Gramm, sodass im Glas noch genügend Platz für unsere letzte Zutat bleibt. Und zwar ein frisch gebrühter doppelter Espresso. Ich extrahiere hier wieder aus 18 Gramm Kaffeebohnen ungefähr 42 Gramm Espresso. Dabei steht euch frei, ob ihr den Espresso direkt über den Tonic extrahiert, das Naturschauspiel betrachten könnt und eine superschöne Creme erhaltet, oder ihr den Espresso ganz langsam über den Tonic gießt, damit die beiden Schichten von Tonic und Espresso entstehen. Das Auge isst bzw. trinkt in beiden Fällen natürlich mit. Am Ende kann man auch bei Bedarf eine Limettenscheibe hinzufügen. Wenig Saft aus der Limette ist nochmal ein schöner Kontrast zum Tonic, was geschmacklich das Getränk nochmal abrundet. Umrühren und genießen. Generell muss man natürlich bedenken, dass es kein Getränk ist, welches die besonderen Noten vom Espresso herausholt. Es dient lediglich als Erfrischung und dafür ist es, finde ich, super geeignet. Die Bitterkeit vom Tonic ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Deswegen habe ich ein zweites Getränk mitgebracht, und zwar den Espresso Wild Berry. Als ich die Flasche neben dem Tonic im Laden gesehen habe, habe ich mir gedacht, das muss man doch auch mal probieren. Eine fruchtig-süße Variante des Tonics. Gemacht, getan, ordentlich Eishöfel in das Glas, für leicht geschmackliche Nuancen und als Deko ein paar Himbeeren dazu. Dann Wild Berry um die 150 Gramm, und darüber kommt dann wieder unser frisch gebrühter Doppio. Fertig ist schon unser Espresso Wild Berry. Der Geschmack vom Espresso geht durch den etwas präsenteren Berry-Geschmack etwas mehr unter, aber ich finde, es ist ein super erfrischendes, fruchtiges Sommergetränk mit Koffeinkick, wenn einem bei den heißen Temperaturen verständlicherweise die Lust auf Cappuccino und Kofa geht. Habt ihr beide Getränke schon probiert? Wenn ja, dann schreibt doch in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Hier verlinke ich euch noch zwei weitere Sommergetränke, den Erocano als geschäumter Americano auf Eis und der Fredo Cappuccino für alle die, die es etwas milchiger mögen. Schöne Sommertage euch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.